Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserer Videoserie Home Assistant, also Hausautomatisierung. Hauts ein Abo rein, falls ihr es noch nicht habt, damit ihr keine Videos verpasst. Es gibt noch ein paar weitere Videos. Wir haben bei der letzten Folge, alles unten in der Videobeschreibung verlinkt, uns mal grundsätzlich angeschaut, wie wir das Teil hier in Betrieb nehmen, was wir da zusammenschrauben müssen, wie wir die SD-Karte vorbereiten. Und in dieser Folge werden wir jetzt Home Assistant erstmalig starten. Ich zeige euch, wie man die IP-Adresse findet und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Jetzt seht ihr mich nicht mehr, hört mich nur noch, weil ich nämlich das Micro-HDMI-Kabel angeschlossen habe, damit ihr auch seht, was der Raspberry Pi hier jetzt mit uns macht. Sonst macht das Ganze ja keinen Sinn, wenn man nicht die Ausgabe von dem sehen kann. Wir bekommen hier also erstmal die Ausgabe von dem Linux-System, das hier hochfährt. Wie man sehen kann, der ist jetzt fertig mit Hochfahren. Wir schauen jetzt mal direkt auf die Fritzbox, was wir da für eine Adresse gekriegt haben. Das Ganze da links bei Heimnetz und dann auf Netzwerk. Und da listet es euch alle Geräte auf, die bei euch in eurem Netzwerk drin sind. In dem Fall jetzt hier unten Home Assistant 2. Eins gibt es bereits schon. Und die IP-Adresse wäre die 172.16.15.167 in dem Fall. Die kopieren wir uns raus, öffnen den neuen Tab, geben die in unseren Browser oben ein und geben einen Doppelpunkt dazu mit 8123. Wir haben also die IP-Adresse von unserem Raspberry Pi-Server, der hier jetzt läuft. Und Doppelpunkt bedeutet Port, 8123. Drücken Enter und schon kommen wir hier auf unseren Home Assistant, der jetzt erstmal ein wenig Preparing Home Assistant macht. Der lädt jetzt Updates runter, macht, guckt und tut. Jetzt einfach warten, bis das Ganze fertig ist. Ich habe die Zeit natürlich absolut sinnvoll genutzt und mir erstmal einen Kaffee geholt. Nun fragt er uns nach einem Namen, den wir vergeben sollen. In dem Fall jetzt einfach mal mein Name, Benutzname Hannes und erstmal einfach irgendein Passwort. Damit ich mal einen Account anlegen kann. Das Ganze kann man dann hier weiter einstellen. Es gibt einmal den Namen, den wir dafür benötigen. In dem Fall nennen wir das Ganze Schwendau, denn dort kommt es auch hin. Und nun müssen wir uns hier auswählen, wo dieser Ort ist. Also wir wandern jetzt hier an Oberautor vorbei, hier ist Ehaio. Wandern hier über die A12 bis ins wunderschöne Zillertal hinein. Und landen dann hier in Schwendau. Zack, genau an dieser Stelle. Zeitzone müssen wir auswählen. Europa Wien in dem Fall nehme ich, sonst würde ich jetzt für uns Europa Berlin nehmen. Und eine Elevation, also eine Höhe über dem Meer, damit er auch den Sonnenaufgang und Untergang uns so richtig berechnen kann. In dem Fall weiß ich es gar nicht. Ich schaue es also mal schnell auf OpenStreetMap nach, weil da sind Höhenlinien eingezeichnet. Alles andere macht keinen Sinn. Genau hier die Höhenlinie ist 650 Höhenmeter. Metrisches System, wer lieber mit Funheit oder Pfund arbeiten will, kann hier umstellen. Wir sind in Deutschland, Schrägstrich Österreich. Wir nehmen das metrische System. Jetzt findet er natürlich hier schon einige Dinge, die wir noch nicht hinzufügen wollen. Also man könnte jetzt hier quasi schon mal die ersten Geräte, die er gefunden hat, hinzufügen. Das kann man machen. In unserem Fall tun wir das Ganze noch nicht. Wir drücken also auf Finish und haben dann unseren Home Assistant schon mal aufgerufen. Hier rechts unten kann man noch auswählen Yes, damit man immer eingeloggt bleibt, damit man nicht immer irgendwie sich da einloggen muss mit Passwort und so. Macht auf dem Browser eventuell Sinn, das Ganze. So, wir sehen jetzt, in Schwendau ist es schon mal regnerisch. 21,4 Grad bei 83 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ich habe noch einen anderen Status. Also ich bin Home Assistant, weiß noch nicht, ob ich da bin oder nicht. Es scheint aktuell theoretisch die Sonne, wenn es nicht regnen würde. Also die Sonne ist aufgegangen und der Updater meldet sich auch nicht großartig zu Wort. Nun beginnen wir mit der Konfiguration von unserem Dresden Stick, um dann auch entsprechend hier noch natürlich unseren ersten Rauchmelder anzumelden. Wir stecken den Stick also einfach mal ein. In dem Fall jetzt hier vorne einen USB 2.0 Buchsen. Der Stick hat nur USB 2.0, da mag ich mal keine 3.0er Buchse verbrauchen. Wenn wir den Stick einstecken, können wir auf unserer Ausgabe schon erkennen, dass er hier ein neues Gerät gefunden hat. Blablabla. Dresden Elektronik, Ingenieurtechnik, GmbH, USB-ACM-Device. Und hier kann man auch sehr gut erkennen, dass das Ganze ein TTY-ACM0-Gerät ist. Also mit dieser Adresse meldet er sich jetzt dann gleich an der Hausautomatisierung an. Damit wir den relativ problemlos integrieren können, müssen wir hier lediglich ein kleines Plug-in installieren. In dem Fall Plug-in-Installation läuft über Supervisor ab im Add-on-Store. Und normalerweise wird er hier oben schon, also man kann hier, ihr seht hier mal zumindest grob, wie viel es hier gibt. Also es gibt hier richtig viel Plug-ins und Zeug. Das Plug-in für diesen Stick lautet D-Cons. Und da einfach draufklicken und dann könnt ihr diesen D-Cons hier mit Install einfach installieren. Das dauert dann ein paar Sekündchen. Dann installiert er diesen D-Cons-Server auf dem Raspberry Pi. Und mit diesem D-Cons-Server können wir dann ganz, ganz toll auf diesen Stick zugreifen. Wir haben diesen Stick jetzt hier installiert. Wir können den in der Sidebar uns anzeigen lassen. Dann haben wir ihn hier links mit drin. Und er wird beim Boot gestartet. Aktuell ist er noch nicht gestartet, weil wir haben das Gerät ja nicht gebootet. Deswegen müssen wir hier unten nochmal auf Start klicken. Und kriegen dann erstmal ein Problem, weil das noch nicht funktioniert. Denn, wie wir vorher gerade gesehen haben, dieser Stick Dev TTY ACM 0, den müssen wir eben erstmal hier oben sagen, dass der hier quasi mit dran hängt. Das heißt, wir gehen hier oben auf Configuration und müssen ihm bei Device sagen, Schrägstrich Dev für Device TTY ACM 0. Hier müsst ihr quasi jetzt reinschreiben, was ihr vorher gerade, wenn ihr den einsteckt, in der Ausgabe gesehen habt. In unserem Fall hier unten TTY ACM 0. Das einfach hier mit Schrägstrich Dev Schrägstrich davor reinschreiben. Speichern und dann sollte er das Ganze schon mal einigermaßen erkennen, dass da was dran hängt. Wenn wir jetzt auf Start klicken, funktioniert das auch. Wir haben hier jetzt Stopp und Restart. Er hat also das Ganze starten können. Wenn wir jetzt auf Open Web UI gehen, sagt er uns, er hat jetzt diesen Foscon Gateway gefunden. Wir können da jetzt reingehen und müssen erstmal Namen vergeben. Ich gebe da jetzt nicht großartigen Namen. Ich lasse das jetzt einfach mal bei Foscon Gateway. Wir vergeben wieder ein Passwort dafür. Wenn wir das Passwort eingegeben haben, will er uns erstmal irgendwelche Sachen schon mal aufzwingen. Das tun wir nicht. Da klicken wir einfach auf Weiter. Wir klicken auch das hier weg. Damit wir diesen Sticker überhaupt in die Hausautomatisierung einbinden können, müssen wir noch einen kleinen Trick in der Konfiguration vornehmen. Und die Konfiguration können wir jetzt so direkt leider nicht ändern. Dafür brauchen wir einen sogenannten Texteditor. Wir müssen uns also noch zusätzlich zu dem Add-on D-Cons noch den File-Editor mit installieren. Auch der wird hier normalerweise standardmäßig vorgeschlagen. Ansonsten einfach oben in der Suche File-Editor eingeben. Dann habt ihr den hier. Der wird auch hier einfach mit Klick auf Install mit installiert. Und sobald der installiert ist, kann man auch den in unserer Sidebar anzeigen, starten. Und jetzt können wir auch hier links mit unserem File-Editor eine Datei ändern. In unserem Fall wollen wir die Datei configuration.yaml ändern. Wir schreiben nun in unserer configuration.yaml ganz oben discovery.yaml hinein, damit er quasi neue Geräte entdecken und finden kann. Speichern diese Datei ab und müssen jetzt, wenn wir hier eine Änderung vornehmen, den ganzen Server neu starten, damit er diese Änderung in der configuration.yaml übernimmt. Dazu müssen wir links auf das Konfigurationsmenü gehen, Server-Controls auswählen und dann hier den Server neu starten. Jetzt wird da kurz neu gestartet, wird auch hier angezeigt, Connection Lost, Reconnecting. Das dauert auch gar nicht sonderlich lang. Nachdem wir den Server neu gestartet haben, kriegen wir hier oben bei Integrations, bei Discovered diesen Foscon, D-Cons Gateway. Sollte das nicht sofort funktionieren, das hat jetzt bei mir auch nicht sofort funktionieren, einfach ein-, zweimal bei Configuration, Server-Control ein-, zweimal den Server neu starten, bei Supervisor, D-Cons auch vielleicht noch einmal den D-Cons neu starten und dann einfach ein bisschen Geduld haben. Dann taucht er dann schon auf, dauert vielleicht ein paar Sekunden. Wir haben dann hier oben unseren Foscon Gateway, klicken hier auf Configure und jetzt will er uns quasi fragen, ob wir das machen wollen, dann sagen wir ja und jetzt können wir noch eine Area hinzufügen, machen wir nicht, einfach Finish und jetzt haben wir hier unseren Foscon Gateway direkt hinzugefügt. Um unseren ersten zum Beispiel Rauchmelder hinzuzufügen, klicken wir links auf D-Cons, das machen wir immer weg, das braucht man nicht. Links oben gibt es das Menü und bei diesem Menü können wir Lichter, Schalter oder Sensoren hinzufügen. Ein Rauchmelder ist ein Sensor. Wir nehmen ihn also mal in Betrieb, ziehen hier diese Batterieschutzklappe raus, der blinkt hier, fängt an zu blinken. Somit geht er auch schon in den Suchmodus normalerweise, wenn er neu ist, können auf Add New Sensor gehen, wählen hier Other, andere Sensoren und schon sollte er eigentlich den Sensor suchen und dann auch finden. Und wenn er das nicht tut, er blinkt auch gerade nicht, einfach mit dem mitgelieferten Tool, in der Regel gibt es immer irgendwo einen Knopf, den man drücken kann und den entweder kurz drücken oder wie jetzt in dem Fall von dem Rauchsensor einfach länger drücken, bis er blinken anfängt und sobald der dann vor sich hin blinkt und in dem Fall jetzt auch leuchtet, kann er auch vom Gerät erkannt werden. Er sagt jetzt hier auch schon Sensor Ready. Wir klicken also hier auf Ready und haben dann unseren Rauchmelder, wenn wir auf Konfiguration gehen, hier haben wir die Integrationen, Devices, Entities, Areas, haben wir hier unseren Rauchmelder, Smoke Sensor von der Firma Heiman, Smoke Sensor N3, No Area, D-Cons, 100% Batteriestatus, haben wir den auch schon drin. Wir können den dann einfach anklicken, können den auch bearbeiten, zum Beispiel hier rechts oben, können wir den mit dem Namen vergeben, das wäre zum Beispiel dann Rauchmelder, Schlafzimmer, können da auch verschiedene Areas, Bedroom, Kitchen, Living Room, neue Area hinzufügen, updaten und somit hätten wir den ersten Rauchmelder schon hinzugefügt zu unserem System. So einfach hat das funktioniert, das war der erste Teil von dem Home Assistant Videobereich. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Vergesst nicht den Daumen nach oben, vergisst nicht das Abo reinzudrücken, vielleicht die Glocke, wenn ihr Bock dazu habt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Wenn ihr irgendwelche Fragen zur Hausautomatisierung habt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, ich kann das dann einigermaßen bearbeiten. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.